Ladies and Gentlemen, willkommen zu seiner weiteren Runde Final Fantasy X HD Remaster. Okay, wir befinden uns in den Hallen der Prüfung. Hallen der Prüfung! Jener, der nach mystischen Kräften sucht, wird in den Hallen der Prüfung examiniert. Wenn der rechte Weg gefunden, wird jener in die Kammer der Astra geführt. Untersuchung mit zehn jene Stellen, die den Weg offenbaren. Okay, die Hallen der Prüfung. Hier sind so ein paar industrieös leuchtende Symbol. Okay. Sehr schön, da kommen wir also schon mal weiter. Ich sag schon mal von vornherein weg. Es ist ganz wichtig, hier in diesen Prüfungen alles zu machen, was geht. Was genau ich damit meine, werdet ihr noch in dieser Folge hoffentlich erfahren. Was haben wir hier? Von hier an werden Sphäroiden benötigt. Der Sphäroid Insignia offenbart den Weg zur Kammer der Astra. Der Sphäroid Fraktura offenbart den Weg zu verbrochenen Schätzen. Zudem wird ein Sphäroid von Besset benötigt. Okay. Sphäroid Insignia. Okay, wir können nur einen nehmen. Ich hoffe, dass ich jetzt noch alles richtig im Kopf habe, wie das hier vorangeht. Die Tür ist fast verschlossen. Ein Loch für ein Sphäroid. Dann setzen wir den Sphäroid mal ein. Ich hoffe, dass ich jetzt noch wirklich alles richtig im Kopf habe. Okay. Was haben wir hier? Ein Loch für ein Sphäroid. Wir haben momentan genau ein Sphäroid. Den hier. Hier kann aber auch noch ein Sphäroid rein. Setzen wir ihn doch mal da rein. Aha. Und dann haben wir hier den Sphäroid Fraktura. So. Wie war das jetzt hier? Also ich weiß jetzt noch, dass man da auskommen muss. Muss man den Sphäroid Fraktura hier einsetzen? Oder. Wie war das nochmal? Also es ist immer so ein bisschen rumtricksen. Oder musste man den hier oben einsetzen? Ich bin mir da jetzt gerade nicht mehr so richtig sicher. Ähm. Ich befürchte, ich habe ja gerade irgendwas vermasselt. Oh, Schriftzeichen an der Wand berühren. Gut, dass ich das gerade nochmal gemacht habe. Ah. Das Sphäroid von Bethesda gefunden. Jetzt erinnere ich mich nämlich. So. Den stecken wir jetzt hier rein. Die Wand verschwindet. Ganz wichtig. Hier. Kamp... Ah, 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 ah. Gut, 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 gut. Den schieben wir nämlich nur nicht an die richtige Stelle. Weil wenn man den jetzt weiterschieben würde, wäre das vorbei. Und müsste die Schwallen der Püffung nochmal machen. Und das ist dann später nicht mehr so ganz einfach. Ach, warum kommen wir erst mal zu einem sehr späteren Zeitpunkt? Wir nehmen es in den Fakturen nochmal hier. Okay, jetzt sind wir bei vier Minuten, alles klar. Jetzt habe ich nämlich auch wieder im Kopf, wie das ging. Hehe. Und zwar muss er jetzt hier an die Stelle hin, wo der Sphäroid von Bethesda war. Und eine Linie geht auf. Mysteriöse Energie. Und die Wand ist kaputt und wir haben einen verborgenen Schatz. Und diese verborgenen Schatz müssen wir in jedem Tempel finden. Und jetzt, wir machen auf. Und wir haben einen Waisenstab erhalten. Wenn man den zwei Psyri-Fraktur richtig einsetzt, findet man versteckte Items. Der Waisenstab ist uns jetzt noch nicht so hilfreich, aber wir haben jetzt das Wichtigste hier abgeschlossen und können weiter. Na. Warum wir die alle brauchen, dazu kommen wir jetzt mal sehr, sehr später. Und die Heilerprüfung werden wir erledigt. Focke. Oh, sie haben den Backboog oben. Oh, sie haben den Backboog oben. Und die Heilerprüfung werden wir in jedem Tempel und Spirat. Die Guardianen schützen sie. Die Guardianen sind jetzt in der Nähe. Einer von ihnen hat eine schwarze Füße. Und wer weiß, was die anderen stehen. Well, jetzt sind wir so weit gekommen. Wir können auch alles weggehen. Okay. Errung ist ja freigeschaltet, das richtige Thron. Und hier ist also die Kammer der Astra. Was machst du hier? Ich dachte, wir würden es nicht so gut handeln. Nein. Es ist... Es ist... Es ist... Es ist... Es ist... Es ist... Hä? Was ist los? Oh, sie öffnet sich. Oh, sie öffnet sich. Oh, sie öffnet sich. Und hier war ich, dachte, Summoner waren alle alte Geyser. Okay. Okay. Alles klar, willkommen. Ja, das muss man dazu sagen. Was will sie uns hier zeigen? Hmm. Was ist das? Wow, beeindruckend. Das sieht echt mal aus. Das ist eine sogenannte Bestia. Das ist die Bestia. Pfeilfaris. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Die Nacht, wir sprachen für die erste Mal. Ich wusste nicht dann, aber nach der Nacht, alles verändert. Für alle. Für mich. Hm. Ich erinnere mich an die Team. Dieser Mann hier hat sich in den Tournament so schlecht. Ich erinnere mich an die Team. Diese Erinnerungen sind ein bisschen knackig. Also nicht ihn, wenn er etwas anderes sagt. Du wirst perche und aufkommen. Ciao. 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 So, was ist unser Ziel? To do our best. Nein, wir haben unsere neue Ziel. Numerous Ziel? Das Ziel ist. Zu gewinnen alle matchen. Zu 1997 zu jedem. Okay, die Motivation ist wohl da. Oh, wird er so weg. Ja, wenn sie uns entdeckt hat, dann stellen wir uns doch einmal vor. Ähm... Frau Yuna, be careful. Aber es war wirklich meine Schuld, zu Beginn mit. Ich bin Yuna. Vielen Dank für deine Hilfe vorhin. Huh? Äh, ich bin sorry für das. War nicht das... War nicht ich nicht... Ich glaube, ich habe ein bisschen überreaktiert. Oh, nein. Ich war überreaktiert. Hmm. Ähm, I saw that Aeon thing. That's amazing. Really? Do you think I can become high summoner? Lady Yuna, come play with me some more. Top Übersetzung. So, tomorrow then. Tomorrow? We're going on the same boat, aren't we? Oh, really? Oh, really? We can talk more. Huh? You can tell me all about Zanarkind. She's cute, yeah? Yeah. Don't get no ideas. No promises there, big guy. Hey, but what if she, like, comes on to me? That's not going to happen. Huh? If you get tired, let me know. I had a bed made for you. Das war auch ein harter Tag. Ich glaube, wir können uns dann auch mal ins Bett legen. Okay. Ready for bed. Jo. Good. Sleep tight. Rescue it, please. Oh, ich kann steuern. Da ist Juna. Ich spreche mir mit dir. Willst du mich zu Zanarkand? Hey! Du sagst, du gehst mit mir. Oh, hey, ich, äh. Ich dachte, Waka hat dich nicht zu bekommen, ob du keine Ideen hast. Er hat. Ja, also du gehst mit mir. Hey, stop schreien! Huh? Du gehst mit einer Frau? Du kannst nicht sogar einen Ball sehen. Oh, was ist das Problem? Ich werde wieder schreien. Schreien, schreien. Das ist das nur was, was du gut bist. Ich liebe dich. Huh? Was hast du gesagt? Du musst dich zu sprechen. Ich liebe dich! Das ist das. Du kannst es tun. Ich liebe dich! Er ist tot, okay? Tot. Was? Er sieht viel wie Chapu. Ich war auch verrückt, das erste Mal, dass ich ihn gesehen habe. Aber egal, was er sieht, er ist nicht Chapu. Du solltest ihn nicht hervorragten. Ja, aber er braucht unsere Hilfe. Entschuldigung wieder? Ja, aber... Das ist es. Nicht mehr. Enough, Wakka! Ich hoffe, wir haben keine Probleme bereitet. Ich hoffe, wir sehen uns. Ich hoffe, wir sehen uns. Ich hoffe, wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Er war mit den Krusadern, wenn sie... ...zauberen Sin das letzte Jahr. Er hat es nicht gemacht. Ich habe das erste Mal gehört, auf den Tag des Tournament. Oh. Also, das ist das. Ich bin ein Guardiator, um zu kämpfen zu kämpfen. Ja? Revenge, dann? Das war die Idee. Ich bin mehr Angst, über eine dumme Spiel, als zu kämpfen, mein Bruder. Na gut, nach dem nächsten Tournament, ich bin ein Guardiator. Ich weiß, wie ich dich benutze, aber ich bin nicht. Ja, das stimmt. Du hast wirklich... ...helpt mir aus, du weißt? Was ich meine ist... ...dank, Walker. Hehe. Stopp! Du wirst mich erschrocken! Naja, ohne ihn werden wir wirklich komplett aufgeschmissen. Ja, dann speichern wir nochmal. Ne, Moment, dafür würde ich hier einen neuen Speicherstand anlegen. Weil wir... Oh, da ist es doch! Albed-Lexikon Band 2 erhalten. PSB. Gut. Du wirst dich schlafen. Das ist etwas, ich will dir dir. Woah! Du hast das? Für mich? Ja, benutze es gut. Hmm. Das ist die Schwung, du hast Chapu. Na gut, du hast es nie benutzt. Wo ist Yuna? Wir nehmen die gleiche Bote als Yuna, richtig? Warum müssen wir hier warten? Yuna kam zu dieser Stadt 10 Jahre vor. wenn die letzte Kamm angefangen hat. Die Kamm? Die Kamm? Seitdem, sie ist wie eine kleine Freundin für mich und Lulu. Aber sie hatte das Talent. Sie wurde eine Freundin. Sie wurde eine Freundin. heute, sie ist wie ein Seminer. Das ist unsere Reise. Wir sollten uns zusammenbleiben. Was ist hier? Du brauchst wirklich nicht all diese Lugage. Uh, sie sind wirklich nicht meine Dinge. sie sind, sie sind, sie sind, für die Tempel zu besuchen. Das ist nicht eine vacation, Yuna. Ich denke, ich denke, ich denke, du bist richtig. Okay, auf wir gehen. ganz, ganz, ganz wichtig. Wir gehen euch schnell zurück nach We Sayed. Weil, es gibt hier jetzt noch etwas zu erledigen. und zwar, wenn wir jetzt mal ganz kurz hier mit der Verkäuferin sprechen. bleiben lassen. Bis auf ein baldiges. Ach, das fällt mir ein. gestern, gestern hat mein Kleiner etwas gefunden, was wohl gewesen ist. So. Nämlich, wenn wir jetzt, ich glaube, das war jetzt hier in der Bude. Nein. Es war hier irgendwo, wo war das hier? Oder wo war das? Nee, wir müssen jetzt hier ein Haus versuchen mit dem Hund. Da ist er ja. Hat irgendwas im Maul. Etwas vollgesabbertes erhalten. Weil Faris hat die Ekstase-Text Solaris-Strahl erlernt. Das ist ganz wichtig. Jetzt haben wir erstmal hier alles erledigt. So. Da wird es Be Sayed, also die Stadt, wie gesagt, das Dorf Be Sayed erstmal abgeschlossen. So. Und, wir haben ein Random-On-Kong. hier runter. Hier kommt einer jetzt. Hey, why don't you try out that sword I gave you? Wir bekommen übrigens mal ein Klappar in das Tutorial. Sehr schön, der Hund kennt ihn da. Not too shabby. You kept up with him pretty well. I might make a good guardian someday. So, das ist nicht so eine Like-Karte? A Flyer, my kind of customer. Okay. Warum die fliegenden Viecher Wacker belasten sollten? Wenn Tiros jetzt angreifen würde, die würden verdammt schnell ausweichen. Aber Wacker greift immer den Ball an und zack. Ohne Probleme. Also fliegende Viecher sind immer Wacker und die ganz schnell gehören zu Tiros. Sollte man sich merken. Hier wird es dir noch ein paar Random Encounter geben. Und ja. Einfach nur, damit wir so ein bisschen erklären kriegen, worum es hier geht. Da haben wir doch schon den Nächsten. Oh. Ja, große Fresse, komm. Draufknüppeln. Nein. Ich hab dir gesagt, nur Magik kann das Ding beaten. Wenn du ihn nicht beaten kannst, musst du die Magik aus einem Element, die nicht mag. Magik? Element? Lass uns unseren Black Mage zeigen dir, was ich meine. Luke, du bist auf. Die Elemente. Die Eigenschaften von Zaubern und Monstern bezeichnet man als Elemente. Auf dieser Welt existieren vier Elemente. Hitze, Kälte, Strom und Nässe. Wobei die ersten und letzten beiden jeweils entgegenwirken. Ja. Schwarzmagie. Da das ein Wassergegner ist, brauchen wir einen Stromangriff. Blitz. Und dann ist auch der kein Problem. So. Und damit haben wir ja schon mal die Schwarzmagierin kennengelernt. Also, wir haben schon mal so ein paar Techniken kennengelernt. Oh. Mal bei der wundervollen Aussicht. Gehen. Take your time. Let's get going, man. We're going to wait. Huh? Are you ready? Hm. We're going to wait. Das ist eine ziemlich gute Frage. Ich würde sagen, ja, haben wir ja noch etwas. Ja, komm, dann beten wir auch noch mal. Die Zeit muss sein. Wir sind schon in den Tempel eingedrungen, dann kann man das ja machen. Was ich aber eigentlich sagen wollte. Hier haben wir einen Speicherspheroiden. Ich würde sagen, wenn wir jetzt mal hier auf die... Das war der zweite. Wir haben schon mal ein bisschen mehr in der Gruppe. Ich würde sagen, das war's dann. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und bis dahin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.